und ich weiß nicht warum aber ich pflück immer noch steine obwohl ich hier maschinen habe die mir das raussaugen sorry wir brauchen 60 nägel 60 bretter 8 kupferbarren und 8 glas ok haben wir das ja mal schnell in ofen ich kann glaube ich auch zumindest die jacke mal ausziehen oder nicht weiß nicht schauen wir mal und da wusste ich halt jetzt auch nicht inwiefern das für euch wirklich interessant ist wenn ich hier die ganze zeit am rumflitzen bin 30 glas habe ich gelesen okay ja ich auch alles klar ja ich schieße schon wieder ok 456 aber es waren schon 60 nägeln und irgendwas mit 8 kupferbarren oder sowas kann es mir nicht merken das sind immer zu viele zahlen dann 1 2 3 4 5 6 7 8 ja 30 glas ihr habt recht und 60 bretter auch noch und ich habe gleich die nächste fuhrer hier noch bevor wir die die herkules hühner kommen ja und es ist manchmal schrecklich vor der säge ich weiß nicht warum Platz habe ich, das passt. Einfach alles nehmen, was geht, ne? Wäre auch merkwürdig bei einem Glashaus mit kaum Glas. Na, greif zu. So, und es fehlen noch 10 Bräder, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perfekto. Dann haben wir das. So, dann brauchen wir noch die 30 Glas. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe oben 10 Glas noch drin in der Kiste. Ja. Dann haben wir die 20 hier noch raus. Und dann hätten wir im Grunde ruckzuck das Glashaus auch schon wieder da stehen. So, aber ich tue die Pflanzen da erst rein. Oh, warte mal, braucht das... Ne, Strom braucht das Ding ja nicht, ne? Ne, Strom braucht es. Es braucht im Grunde nur Wasser. Und das Wasser braucht allerdings 100 Strom. Von daher sollte ich mich dann auch noch darum kümmern, dass ich hier gleich... Ach, die Elektrikteile. Ähm... 25 Bretter. Dass ich da gleich nochmal mit Strom arbeite. Also, dass ich das dann auch gleich noch mache. 15, 15... Jawohl, 25. Dann haben wir das nämlich auch schon. Das ist aber doch bei allen Survival Games, wo man muss Ressourcen sammeln. Das gehört dazu. Ja. Das gehört dazu. Das stimmt. 12 Holzscheide. Was habe ich denn da noch rumfliegen? Ups. Da war aber ein richtiger Hänger jetzt. Na? So. Es steht ein bisschen in der Luft, ne? Aber das stört mich auch nicht. So. Und dann fehlt jetzt tatsächlich noch ein einziger Holzstamm. Da waren da vorne doch noch welche... Ah, okay. Warte, bringt das ja mal leer hinzulaufen, ne? Ich wenn jetzt wahrscheinlich sag, ähm, warum ist denn schon lange kein Bär mehr da gewesen, wird wahrscheinlich einer kommen. Bla... Spinnst du? Ah! Läuft der einfach weg von mir? Normalerweise sind Vampis gewöhnt, dass man wegläuft vor ihnen, ne? Und das verwirrt die dann, wenn man denen hinterherläuft plötzlich. So. Zack. Ähm, 10 Aluminium habe ich und 8 Elektrikteile. Ah, wieder ein Snack zwischendurch. Das ist schön. Ja. Passt. Nur muss ich dann halt jetzt halt aufpassen, ne? Äh, also solange ich jetzt halt den... Uh! Solange ich den Strom nicht ausbaue, wieder ein bisschen Leben nach oben. Jawoll. Zack. Dann könnten wir eigentlich auch einmal schnell nächtigen. Mit Helm auf. Ich gehe immer mit Helm ins Bett. Ah! 14 Vampis. So, schauen wir mal. Äh, so. Das ist die Spitz-Hack. Und das ist die Reparation. Ich habe nicht allzu viel hier drin, aber brauche ich auch aktuell noch nicht. Wo habe ich dich jetzt? Auf der 2. Ich freue mich schon, wenn ich das alles hier angeschlossen habe, dann auch mit Laternen am Weg. Das wird bestimmt toll. So. Da. Sag ich's nicht. Äh, ups. Ich wollte jetzt eigentlich... Ups. Hallo. Ah. hah!! Ah! Ahah. Oh Mann. Ah! 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 Oh Mann! Ah! Wo seid ihr? Da vorne. Oh Mann. So, das habe ich gemeint. Ich wollte erst mal üben spielen und habe Vampis ausgestellt, aber das mit dem Gras habe ich gar nicht gesehen. Ich muss mich erst mal in das Spiel einformeln. Ich finde das immer faszinierend, was du hier alles baust, aber wie gesagt, hatte ich leider noch keine Zeit weiter zu spielen. Bin mal gespannt, wie viel vom Schloss die Vampis zerlegen. Zum Glück nicht so viel. So, irgendwo vergammelt hier innen drin einer. Da haben wir noch den dritten. Vier Fünf Fünf Sechs War da noch einer gelegen? Sieben Acht Neun Neun Zehn Habe ich jetzt da irgendwen Da hängen wahrscheinlich noch irgendwo in den Stäben welche, oder nicht? Da Also die gehen wirklich überall ran Aber das müsste jetzt gewesen sein, ne? 14 waren's Na dann Na dolle Wurst hier Hoffentlich kann ich euch wieder hinstellen Das ist halt jetzt total bescheiden Na gut, dann wird hier um Also das Gut ist schon mal, dass das hier schön am Abschluss ist Das Ding werde ich nicht reparieren Das werde ich, äh, weghauen Dann bleibt das Ding hier eben separat stehen Die Treppe tue ich weg Ja, das Oh Gott Eigentlich wollte ich die Bretter hier führen, ne? Achso, ich hatte noch welche einstecken Oder habe ich welche bekommen? So, schauen wir mal Vier Bretter Jetzt habe ich tatsächlich die Bretter rausgetan, ne? Warte mal Gleich wieder draufschmeißen Das geht natürlich dann Extrem schnell weg Das Zeug Ah, das ärgert mich jetzt da vorne Weil ich glaube, den Wasserturm Den kann ich nicht verstellen Zwei Bretter Da schaue ich lieber Da irgendwas Ich habe nur noch ein Brett einstecken Ich muss mich mal kurz entleeren Ich glaube, da musst du auch erstmal Pieker dran machen Ja, das auf jeden Fall Ich werde mich jetzt erstmal entleeren So Komm da her Nein, ihr kommt da nicht rein Das war nur eine schnelle Ausweichssituation Ähm, ich muss da unten hin Das Eisenerz kommt aber oben rein Kupfer, Kupfer Kobalt Ich meine, die Pieker sind im Grunde auch relativ schnell gebaut Muss ich sagen Ups Ähm, das da noch raus Oh, das Alu habe ich vergessen So Pflanzenfasen Wie gesagt, deswegen schmeiße ich die auch Weg Ähm Federn Was? Vorsichtshalber Auch wenn du später eine Hordenbase hast Würde ich die Pieker lassen Ähm, oh nein Das waren die Mutter-Kind-Park-Plätze Kannst Sachen im Bau nicht wegreißen? Ähm, doch Ich kann Sachen im Bau wegreißen Aber dann sind die Materialien weg Oder zumindest ein großer Teil davon ist dann weg Und das ist mir ein bisschen zu schade Dann bleibt der lieber so stehen Ähm, das Triggert mich jetzt aber Dass das da weg ist Das war so schön durchdacht Ja Ja, mich auch Mich triggert das genauso So, so Das Eisen und ein Brett So, Eisen dicht da rein Ähm, da war er Ich wollte ja eigentlich mal Kurz schlafen Achso, das waren die Achso, ich kann ja nicht springen Deswegen war nämlich auch da die Leiter Dass ich da Oh, warte mal wie viel Oh, Öl kannst du auch mal brauchen Ah Ich meine, ich kann es natürlich probieren Aber ich glaube, ich werde Obwohl, es sind nur Holzscheite Und nur Bretter Ich habe kein Aluminium Und ich habe keine Elektrik-Bauteile Herangemacht Komm, ich mache es weg Haha Okay, ein bisschen was kriege ich zurück Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Oh, waren es sogar alle zwölf? Ja cool Habe ich dann doch alles zurück Ich dachte, ich bekomme gar nicht alles zurück Uff Okay, das ist das, was jetzt reinging quasi Ja, jetzt Ja, jetzt Dann habe ich tatsächlich mein ganzes Zeug wieder zurück Ich habe da irgendwas im Augenwinkel flappern sehen Ach, bin ich froh Bin ich froh Bin ich froh Ähm Denke, denke, denke Pika immer zuerst bauen Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme in der Beziehung Also selbst beim letzten Angriff Waren die hier überhaupt nicht zur Gange Da war ich nämlich, äh Da vorne quasi beim Haus Und ich war, glaube ich, hier irgendwo gestanden Und dann hat sich alles hier auf mich konzentriert Achso, dich kann ich nicht aufheben So, dann mache ich das erst einmal wieder hin Ähm, ich nehme jetzt halt einfach das Material, das ich da einstecken habe Ist ja Erstmal Wurst, ne So, dann haben wir nämlich das tatsächlich wieder dran Ich hätte gedacht, dass ich das gar nicht alles zurückbekomme So Mein Treppchen Ups Na dann Und er ist sogar noch so ausgerichtet, wie er war So, das Einzige war halt, dass er nicht, äh Recht weit unten steht Sondern ein bisschen in der Höhe ist Was, was ich mich jetzt allerdings noch frage Ob ich den da auch so draufstellen kann Ähm, quasi hier so irgendwie Mittig und dann noch ein Geländer rumziehen Mal schauen Wäre, wäre eine Sache, ne Weil ich meine, hier sollte ja ungefähr das Ende sein, ne Ich weiß noch nicht, wie, inwieweit ich da weiter baue Ähm, insofern fällt mir jetzt ja dann noch was anderes ein Jo Machen wir mal Halt Brauchst die Axt nicht zücken Hier ist alles so weggeholzt irgendwie So kahl Die Pika immer zuerst bauen Jetzt habe ich auf jeden Fall noch drei Tage Zeit Jetzt kann ich erst einmal das Eck fertig machen Und wenn der Wasserturm steht Und diese Schrägen eben da fertig sind Das sind ja quasi jetzt nur noch die Äh, drei Bauteile, vier Bauteile Fünf Bauteile Dann, ähm, mache ich die Pika ran Die Pika soll natürlich auch nur die endgültige Lösung sein Dann muss natürlich alles noch ein bisschen eingegattert werden, ne Wollen wir mal hier Ups, hallo Na, ist ja wieder der Nachbar Ich meine, so gehen sie ja im Grunde auf mich, ne Da gehen sie ja Nicht wirklich auf die Baudinger So, das da Dann hole ich mal noch Neun Bretter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ich weiß auch, warum da keine Bäume mehr sind Ich habe bisher keinen Biber gesehen Äh, das ist der Waschbär, der hat ungeschult Den habe ich ja irgendwann deaktiviert Weil er mich einfach nur genervt hat, ne So Jetzt waren die ersten zwei Bauteile Dann eben Die Dinger hier Achso, die brauchen immer drei Komm her, du Opfer So Ich hoffe jetzt, es geht Weil den hätte ich jetzt halt hier hingestellt Äh, Quatsch Hier platzierbares Sonstiges Äh, Waterturm Ja, es geht Ja, es geht Es geht, es geht Wo ist denn die Tür jetzt? Dann mache ich natürlich die Tür jetzt hier nach vorne Bist du ausgerichtet? Schon, ne? Ich muss nur ein bisschen schauen, dass ich Eher hier auf dem Gestell bin Weil wenn ich da so in diese In diese Mulde reinrutsche Dann kann ich nämlich auch da hinten zum Beispiel rum Und von hier vorne komme ich rein Ich weiß gar nicht Ich glaube, da gibt es keine Treppe Da muss auch keine Treppe ran Ich bin jetzt da echt überfragt Es ist schon Ewigkeiten her, dass ich das gemacht habe Ich glaube, der Wasserturm, der hat keine Keine Treppe oder irgend sowas Der wurde schon immer nur so bestiegen